Der muss sich jetzt richtig strecken. Aber das kann man. Es ist auf wir, aber nicht. Und was du selber , kann man nicht mit dem Tag halten oder hier, wenn hier der überstehende Hand kommt. Wow! Das war's. WDR mediagroup GmbH für GmbH im Auftrag des WDR Ja, 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 ja. Das ist auch jetzt schon eine Sorge. Ich habe hier geiles Wasser, bitte. Da muss er alles geben, dass er da hinten wesentlich von den Ohren geht. Auch wenn er das jetzt gut einfangen könnte. Jetzt kommt er wieder an. Jetzt geht er wieder an. In dem Hänger. Und geht weg jetzt bei beiden. Rügener war noch etwas ganz schnell. Und jetzt auch hier, der Rügener hat sich ziemlich viel körperlich. Also das heißt, Herr Rügener. Und jetzt noch hier, die ersten Spielwäge, warum Rügener hängt sich hinten dran und geht ran. So, jetzt aber noch mal eine schlechte Akte. Ja, das kommt heute, wir haben keinen Fall vorgenommen, der versucht es selbst. Und bei jedem der beiden, jeder ist natürlich wunderbar, die beiden nicht rechtlich. Und auch gleich war alle die Räder, dass ich versucht daran anzukommen, die sind ganz gut, die wir stehen an der Wand. Und da liegt nur Rüttel und hier steht ganz nah, wo ich das ausgekomme, das ziehen dann gerade. Und da unten haben wir Autos raus. Die haben auf Platz 2 auf Platz 2. Und dann auf der Letzt, ich habe ein bisschen Probleme, ich habe das neid, das ist auch nicht möglich. Und dann auf der Letzt, ich habe mich ein bisschen krass, ich habe mich ein bisschen krass. Das sind Zettel, von denen wir zum Schluss kommen, da wieder ein Schluck rein. Und richtig nach dem Land. Jeder ist hier weg, hier verlässt sie kann immer erfolgen und jetzt richtig nach vorne spürt. Richtig nach vorne. Richtig nach vorne. Richtig nach vorne. Die Frage, auch wer hat uns das mit angekommen? Koste, er sich nicht, Kevin Kortus. Koste, Kevin Kortus, ist das weg für seine Kreise? Die Radio-Ubis-Kabelle. 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 Die Radio-Ubis-Kabelle.